Musik 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 So, liebe Jensi-Freunde, der Wind macht uns heute leider einen Strich durch die Rechnung, was den Ton angeht, aber ich will euch trotzdem ein paar Sachen vorstellen. Hier, das ist ein Vorteil, dass es jetzt windig ist, seht ihr mal den neuen Jensi-Wadkescher fürs Meerforellenangel. Sehr tief, ein gummiertes Netz hat er, ist ziemlich groß, wie ihr seht, und der hat hinten noch den Einhängeknipp und jetzt was ganz Besonderes. Klack, einen kleinen Magnet, das erleichtert natürlich die Befestigung. Was ich immer mache, ich hänge mir den jetzt nicht um, sondern ich stecke mir den in so einen Gürtel, das ist ein Wadgürtel hier. Das ist unheimlich praktisch, den hänge ich mir um. Da kann ich zum Beispiel die Tasche für den Wadstock einhängen oder hier mein kleiner Fischgehalten, selbst gebaut. Funktioniert auch super bei diesem Gürtel, der ist sehr haltbar und unheimlich praktisch. atybik.ru Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017